So, da sind wir wieder, haben wir lange nicht mehr voneinander gehört, hatte persönliche Gründe, ich muss ein paar Gespräche führen, so mit ein paar Ärzten, kann man sich ja vorstellen, ne? So, heute habe ich ein Special, Let's Fress heißt das diesmal, haben wir schön hier Macaroni-Auflauf, ne? Hack, Käse, Creme Fraiche, Macaronis, ne? Alles, ne? Das sollte bekannt sein. Das probieren wir jetzt mal, dann hauen wir uns mal um die Ohren hier, mhm, boah, ein Genuss, einfach nur ein Genuss, eigentlich müsste ich jetzt die Gabel weglegen und mit der Hand essen, weil, erstens ist das ein Let's Fress und das schmeckt so gut, ne? Das ist ja Wahnsinn. Immer schön dick, Creme Fraiche drüber schmieren und dann zergeht der Käse auf die Zunge. Ein Gedicht, ein Gedicht, einfach nur ein Gedicht.